...mal irgendwie in Frage stellen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was dieser Mensch da so tut, aber ich glaube, dass man Grunds eigentlich gar nicht hat. Aus welchem Grund sollte man sonst... ...aus welchem Grund wird versucht, freisteigen und teilweise irgendwie astronomische Hüte durchzusetzen? Eben den interessieren. Ja, vorhin, das weiß ich nicht, sammeln irgendwelche Sachen, mit den blauen Eisenbahnen oder, ich weiß nicht was, oder lernen oder studieren oder mal irgendwie mit 50, 60 Jahren.